Sehr geehrter Herr Präsident, hohe Beauftragte, Ich bin als Christ in der sozialistischen Diktatur in einem oppositionellen Pfarrhaushalt groß geworden. Dabei habe ich selbst im Familien- und Freundeskreis erlebt, was es bedeutet, wenn ein politisches System in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte von Menschen eingreift und diese deswegen sogar das Land verlassen. Ich begrüße es, dass wir uns heute hier mit der Lage der Christen im Nahen Osten befassen. Allerdings möchte ich diese Debatte als Chance nehmen, die Freiheit aller Religionen im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt einzufordern. Hierbei möchte ich auf drei Punkte eingehen. Punkt 1. Die Religionsfreiheit ist eine unabdingbare Voraussetzung für die demokratische Entwicklung im Nahen Osten. Angesichts der religiösen Pluralität im Nahen Osten ist die Achtung der Religionsfreiheit unverzichtbar für ein friedliches Zusammenleben, so wie es die hohe Beauftragte gerade gesagt hat. Ich fordere die EU auf, gegenüber Ländern wie Saudi-Arabien und Katar für die Rechte von Nicht- und Andersgläubigen einzutreten, die dort leider mit Füßen getreten werden. Auch in Ägypten bleibt die Lage der koptischen Christen prekär. Der Krieg in Syrien und Irak haben zu einem Exodus besonders von Christen und Jesiden geführt. Diese Beispiele stehen im Kontrast zu Tunesien, wo sich die neu gewählte Regierung für religiöse Toleranz ausgesprochen hat. Dafür verdient sie die Unterstützung der Europäischen Union. Zweitens, die Bildung und interreligiöse Dialog müssen gestärkt werden. Ein wichtiger Aspekt der internationalen Unterstützung wurde vom Papst Franziskus bei seinem letzten Besuch in Ägypten deutlich gemacht. Er betonte, dass Bildung und auch religiöse Bildung gestärkt werden müssen, um den interreligiösen Dialog zu fördern und zum friedlichen Zusammenleben beizutragen. In diesem Bereich kann und sollte die EU sich auch mehr engagieren. Drittens, das Recht einer und keiner Religion anzugern ist universell und muss Maßstab der EU-Außenpolitik sein. Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte legt diese Universalität der Religionsfreiheit fest. In diesem Haus gibt es dazu einen breiten Konsens. Auf meine Initiative haben Kollege Rainer Wieland und ich 2015 einen Aufruf zum aktiven Handeln gegen die weltweite Verfolgung religiösen Minderheiten und für die Verteidigung der Religionsfreiheit als Menschenrecht veröffentlicht. Diesen Beschluss haben Mitglieder dieses Parlaments aus 28 Ländern unterstützt. Als letztes möchte ich das Beispiel der Verleihung des letzten Sacharow-Preises anwähnen. Das Europaparlament hat zwei Vertreterinnen der jizidischen Minderheiten im Irak und in Syrien hier eindeutig unterstützt. Das Europaparlament hat zwei Vertreterinnen der jizidischen Minderheiten im Irak und in Syrien hier.